Was ist das da im Raum? Was steht da? Da steht doch was. Wer ist das? Ist das Foxy? Ist das Foxy? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Five Nights at Freddy's 3 mit mir, den Thomas von Player Gathering. In der letzten Folge haben wir endlich die dritte Nacht geschafft und jetzt sind wir auch in der vierten angelangt. Und mal schauen, ob was Neues uns erschrecken will. Ich hab das Spiel jetzt zwei Tage lang nicht mehr gespielt, aber ich muss zugeben, ich hab's überhaupt nicht vermisst. Nein. Och ja. Haha. Wieder mein altes Büro hier. Hello. Hello. Ich verstehe gar nichts. Allein schon... Allein schon, weil die Tonqualität so scheiße ist von dem Telefonat und weil er noch so, äh, nuschelt. Audio-Error schon. Weißt du, was ist das eigentlich für ein System? Alle fünf... Alle drei Sekunden ist da irgendwas an System kaputt und man muss alles wieder rebooten. Weißt du, das ist wieder so eine Gammelscheiße. Weißt du, wie kann man... Die Geschichte spielt 30 Jahre in der Zukunft. Ja, nicht 30 Jahre, aber 30 Jahre nach der ersten Geschichte und die bekommst nicht hin. Oh, da ist er ja schon. Hallo, SnapTrap. Wir haben uns schon zwei Tage lang nicht mehr gesehen. Was hast du so in der Zeit getrieben? Oh, scheiße, er ist weg. Hello. Wo ist er? Oh, scheiße, fuck. Ähm... Oh nein, Ventilation, Ventilation, fuck. Äh, SnapTrap, du wirst mich jetzt nicht ansnappen, oder? Oh, Jesus. Oh, fuck. Audio-Devices, Reboote, Reboote schneller, Mann, Reboote schneller. Oh, Gott, ich bin wieder total in Panik. Boah, nicht, dass er hier oben ist. Ach, da ist er ja wieder, Gott sei Dank. Fuck. Er ist weg. Wieso verschwindet er jetzt schon von alleine? Ich verstehe das nicht. Oh, Jesus. Freddy, nein, Freddy, Freddy. Freddy. Oh, nein. Oh, nein. Boah. Oh, Mann. Oh, Freddy, geh bitte weg. Du machst mir Angst. Du machst mir wirklich... Ah, da ist er ja wieder. Ja, Freddy, du kannst weggehen. Du bist so ein Phantom. Hallo. Audio-Devices wieder rebooten? Schon zwei Uhr. Stand er da? Boah, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Irgendein Error war wieder da. Nein. Oh, fuck. Oh, da ist er ja schon wieder. Play Audio, Play Audio, Play Audio, Play Audio. Oh. Wenn er ein Cam 5 ist, dauert es nicht lange. Oh, fuck. Bis er wieder hier bei mir im Office steht. In meinem Büro. Ja, Office. Ich bin schon ein richtiger Engländer. Fuck, was ist das für ein Geräusch? Oh, Freddy, bitte machen wir keine Angst. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Alter, ich hasse es, wenn er da lang geht. Da denke ich immer, das ist Snap Trap. Aber nein, es ist nur Freddy mit seinem Mikrofon. Ein Glück kann er uns nicht töten. Oh, Gott. Er sieht wütend aus. Er sieht wütend aus. Okay. Er ist wieder da. Ist mir egal, ob jetzt im Moment hier... Nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, Mann. Vielleicht habe ich hier jetzt provoziert, da ich Play Audio in seinem Raum gemacht habe. Ist das jetzt schlimm? Vielleicht hat er den Braten jetzt gerochen. Oh, oh. Audio Devices. Wieso Audio Devices? Das verstehe ich nicht. Oh, nein. Was ist das? Freddy, geh weg. Geh weg, Freddy. Geh weg. Geh weg, Freddy. Geh weg, Freddy. Geh weg, Freddy. Oh, er kommt schon wieder. Oh, Mann. Er schreckt mich noch nie immer so. Mann, Mann, Mann. Okay, er steht wieder da. Fuck, was war das für eine Maske? Oh, je, mini. Oh, Gott. Was ist das? 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 Hallo? Oh, bitte, geh weg. Bitte, bitte, geh weg. Bitte, geh weg. Hau ab. Was ist denn? Hallo? Oh, Gott. Habt ihr diese Maske gesehen? Habt ihr diese Maske gesehen? Ja, die kann man gar nicht übersehen haben. Oh, Gott. Hallo? Fuck. Scheiße, Alter. Junge, da stand auf einmal hier diese Maske und dann... Oh, Gott. Oh, das war jetzt richtig schrecklich. Alter. Junge. Fünf Uhr. Hallo? Oh, bitte, 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 bitte. Oh, Mann, bitte, bitte schaffe ich die vierte Nacht. Das wäre hammergeil. Ich finde das dritte Spiel wirklich gruseliger als die beiden anderen. Das erste habe ich nicht gespielt, aber ich habe mir LPs davon angeguckt und dann muss man sagen... Ja. Hi. Wo ist der Junge? Hier ist er noch nicht. Kann sich aber jederzeit ändern. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Gott sei Dank. Fünfte Nacht. Die letzte und entscheidende Nacht. Die letzte und entscheidende Nacht beginnt jetzt. Oh, Gott. Oh, wieder ein Minispiel. Mal gucken, was in dem jetzigen Minispiel... Spiel dran kommt. Okay, ich bin jetzt irgendwie... Ah, ich bin Fox, diese Fox, Fox, glaube ich. Alter, diese Maske, die war schrecklich. Die war wirklich schrecklich. Da stand auf einmal so eine Maske im Gang, ne, aus dem zweiten Teil. Und dann war sie bei mir im Office und hat mich angeschrien die ganze Zeit. Oh, Mann. Die hat mich angeschrien. Fand ich voll unfreundlich. Fand ich richtig unfreundlich. Was sind das eigentlich immer für Dinger, die hier runterfallen? Oh, nein. Jetzt wird das Ding mich ja auch töten. Aber Fox, diese Fox, Fox ist geil. Wieso will das Ding immer alle töten? Ich meine, was haben wir dem Ding getan? Nichts, aber nein. Es will uns töten, okay. Fünfte Nacht. Boah, Alter, vierte Nacht first try in der dritten Nacht zu lange gebraucht. Hallo, hallo. Um, this is just a reminder of company policy, streaming the same world. Hi. Hi. SnapTrap. Bist du da? Where are you? Come here. Hello. Direkt schon Audio Error mit dem... Nehmen wir es einfach mal mal japanischen System... Ne, chinesischen System. Entschuldigung. Made in China, würde ich mal sagen. Made in China. Boah, diese Maske war echt schrecklich. Diese Maske, die war sowas von schrecklich, ey. Das... Boah. Ne. Die war so schrecklich, wirklich. Ich meine, ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Situation fandet. Allein schon... Naja, ihr spielt es nicht im Dunkeln und abends, also... Ihr fandet es wahrscheinlich nicht so gruselig wie ich, aber ich fand es verdammt gruselig, ey. Oh oh. Komm wieder her. Ja, SnapTrap. Geiler Junge. Ach, leck mich am Arschballon, Junge. Ich mag dich nicht. Was ist das da im Raum? Was steht da? Da steht auch was. Wer ist das? Ist das Foxy? Ist das Foxy? Oh Gott. Die fünfte Nacht ist schrecklich. Die fünfte Nacht ist schrecklich. Foxy. Ah. Oh. 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 Oh nein. Was war das? Das war Foxy. Ich will das Spiel nicht mehr spielen. Ich will nur noch sterben, Alter. Ich will nur noch... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah. Ey, es tut mir wirklich leid, aber ich bin gerade nicht mehr in der Lage, dieses Spiel zu spielen. Alter. Mit Facecam wäre das bestimmt lustiger. Alter. SnapTrap ist nicht gruselig, aber wie Foxy da stand, ne? Und ich dachte irgendwie, der bleibt da stehen oder so und verschwindet irgendwann. Aber nein, der kam ja angesprungen. Oh je, Minil. Boah. Ey, ich muss das erstmal alles verarbeiten, was gerade geschehen ist. Die Maske. Und da kam noch Foxy, so Fox, Fox. Ah, jetzt habe ich das verstanden. In der zweiten Nacht wurde ja Freddy getötet und da kam er. Alle, die in den Minispielen getötet wurden, die tauchten dann in der Nacht auf. Ah, jetzt habe ich es verstanden, okay. Okay, langsam verstehe ich den Sinn des Spiels. Okay, dann würde ich mal sagen, das war es denn auch für die heutige Five Nights at Freddy's 3 Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über Support freuen, indem ihr einfach einen Daumen nach oben da lässt. Und am besten, wenn ihr die nächsten Five Nights at Freddy's 3 Folgen nicht mehr verpassen wollt, auch ruhig ein Abo da belassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.